Oh, hier werden jetzt viele Dippelkops angebaut. Wie sieht mein Plump-Hermit-Stock so aus? Wie weiß ich, ist das da drüben? Die Allgemeinzahl, die angezählt wird. Also, dass ich 79 Plants habe. Ja. Bitter Ridge, Plump-Hermit, Cave-Weed. Ja, die Quarry-Buschels müssen jetzt alle mal verarbeitet werden. Ja, die Quarry-Buschels müssen jetzt alle mal verarbeitet werden. Ja, Quarrybushleafs können nur verkocht werden. Trinken verkoche ich keins. Und ja, ich mach mal kurz Pause. Also ich unterbreche nicht, aber ich guck mal kurz. Mal gucken, der neueste Doofarmers Workshop Eintrag. Ah ja, Sweet Pots wert zu Dwarven Serum und Seeds. Also... Make Threads from Plants. Wo ist Prozess Plants from Plants mit dem... Sheer, Milk Preacher, Creature, Spin Thread. Ah, Potsets Plants Back. Mhm. Genau. Also gut, dann können wir wirklich unsere Sweet Pots auch in... Ah... Warte, das ist gerade. Das ist Jack-Air-Care. Das ist Jack-Air. Hätten wir eigentlich noch irgendjemanden, der sich für das Cloth-Herstellen eignet? Was ist eigentlich mit dem Farmer? Miller und Lime-Maker. Gucken wir einfach mal in die Tasks. Äh, ins Labor. Eigentlich niemand. Gut, der hier ist noch ein Novus Weaver. Dann machen wir ihn mal noch zum Cloth. Und ja, Planter. Sieht eigentlich gut so weit aus. Ja. Ja. Mmh. Müsst du doch aber normalerweise hier gespeichert werden. Hm, ich find keinen Jack her. Ähm, gut, okay. Wir arbeiten jetzt mal währenddessen an unserer Verteidigung. Nämlich hier und hier. Gehen wir mal in den Pause-Modus. Okay, wir sehen. Nee, so will ich das eigentlich gar nicht haben. Die sollten hier sein. Genau. Hier sollten unsere Wachposten sein. Wobei es nicht schadet, wenn sie etwas hier rumgehen. So. Und brauchen wir... Ähm, nee, machen wir es anders. Wie machen wir das jetzt am Temmisten? Also eigentlich... Nee, das ist nix. Hm. Ähm. Try Advanced Options. Und... Oh, so. Ähm. Ehm. 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 So, und das führt mich dann nach der Nee, nee, nee Ich brauche ja auch nachher hier Schusseinrichtungen Können wir das auch schon mal planen? Also eigentlich will ich hier das Ganze dann verbreitert haben So Also der große Gang wo dann eben Brücken mit Plattformen und so weiter hinkommen Also das kann ich schon mal planen Wenn ich nicht so doof dazu bin Also sozusagen Und darunter sind nur so Schlafräume Das ist sehr sicher Ja egal Also eins nach unten reicht das erstmal Dann brauchen wir aber natürlich hier Einen Schussgang Also hier stehen dann unsere Armbrustschützen und schießen auf die Gegner Wenn diese hier auf der Brücke sind Ist das überhaupt symmetrisch? 1, 2, 3, 4 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 18, 19, 20, 21 Ja wäre so mittig Das wären dann die Wege dahin Und der Weg von den Kasernen aus Hier kommen dann noch die Schlafkasernen hin am Schluss würde ich sagen Also hier Das können wir auch erstmal abtrennen Erstmal hätte ich gerne hier das hier gemacht Damit wir hier die Schießscharten und alles planen können Ist das hier eigentlich das Essen? Nein das ist Doch das ist das Essen Das hier ist das Trinken Okay wie sieht es bei dir aus? Ich frage mich aber was man mit Yuck hier machen kann Oh nö Oh gut Carpenters Workshop Und Hat er angefangen? Gems, Blocks, Bricks, Bars, Leather, Skimp... Okay, er holt sich den Gem, gut. Er scheint sich alles zu holen, was er braucht. Puh... Wir haben wieder sehr viele Hunde. Puh... Hm. Puh... Wals, Elbel, Brustas, being the rightful heir, has inherited the position of Baroness of Convent Bell. Okay, jetzt haben wir einen neuen Nobel. Okay. Ja, die müssen wir dann auch irgendwann noch zufriedenstellen, indem wir ihnen schöne Räume zur Verfügung stellen. Pican Wood Armour Stand. Okay. Okay. Sehr schön. Ah ja, wer ist der, 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 der Baron jetzt hier? Ich sehe ihn nicht mal so wirklich hier in mein, ähm, Dings da. Und ja, so schmerzhaft es auch ist, ich muss mal wieder... Ein paar Stray Dogs zur Schlachtung freigeben. Ja, wir haben auch wieder viel zu viele Puppys. Aber ja, diesen, aber den sehe ich nirgends. Hm. Egal. Wie sehen unsere... Oh, die sind schon fertig. Ah, die sind schon fertig. Das heißt, ich kann hier eigentlich auch einen... Smooth Wall Auftrag geben. Ups. Ja, doch. Wenn Sie hier fertig sind, smoothen Sie mir das. So, in der Zwischenzeit... Ja, he's been slaughtered. Ist okay. Hm. 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 Hm.